Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da mit dabei seid. Ich habe heute wieder ein neues Unboxing für euch. Und als erstes habe ich hier die Box vom Juli von IllumiCrate. Jetzt musste ich kurz überlegen. Ich habe bisher auch nur die Box da. Ich denke mal, dass ich das zusammenschneiden werde mit der nächsten Box, die auch noch kommt von wahrscheinlich Allcrate oder vielleicht sogar auch von IllumiCrate, die Augustbox, denn die ist relativ spät dran gewesen. Ich werde mal schauen. Für die Box alleine lohnt sich das Video nicht. Das heißt, ich kann wahrscheinlich im nächsten Video oder im nächsten Clip, habe ich dann vielleicht wieder was anderes an und sehe anders aus. Wer weiß. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Ich mache das erstmal auf das Paket und bin schon sehr gespannt, was in dieser Box drin ist. Ein bisschen wurde ich leider schon gespoilert. Das heißt, ein bisschen weiß ich schon, was sich in dieser Box befindet. Aber es waren auf jeden Fall sehr coole Sachen und deswegen freue ich mich umso mehr. Das Thema der Juli-Box war Never Enough. Und ich bin mega hyped auf die Sachen, die hier drin sind. Ich sehe gerade auf der Rückseite ist auch noch das Thema für den August. Das ist dann Dark Academia. I'm really hyped. Hier stehen jetzt auch wieder so ein paar Sachen drin, was hier enthalten sein wird. Aber ich fange erst mal an, das auszupacken. Hier ist als erstes so eine kleine Leseprobe enthalten von einem Buch. Das heißt The Upper World und kommt am 19. August raus. Und das ist ein Mind-blowing-Thriller. Ja, also so ein kleines Leseprübchen. Dann ist hier endlich der Aufkleber enthalten. Mit der Unterschrift zu dem Buch In the Ravenous Dark. Das steht hier. Ich versuche es nur rauszukriegen. Das war ja dieses Buch hier. Das war auch in einer Illumicrate-Box enthalten. Das ist aber schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr in welchem. Vielleicht April oder Mai oder sowas. Und da fehlte damals der Aufkleber mit der Unterschrift. Das konnten sie nicht rankriegen. Und das haben sie gesagt, schicken sie dann irgendwann mal mit. Also das werde ich mir jetzt erst mal hier reinlegen mit. Ich habe es auch noch nicht gelesen in der Zwischenzeit. Aber ich werde es dann noch reinklegen. Dann, was auch immer das hier ist. Das ist mal eine coole Geschichte. Das ist eine kleine Skulptur. Und hier steht Lila Bart drauf. Und das ist ganz cool, weil das habe ich schon gelesen. Das ist von Vielfarben der Magie. Mir fehlt zwar immer noch der dritte Band. Den muss ich immer noch lesen. Aber Band 1 und 2 habe ich schon gelesen. Insofern weiß ich, wer das ist. Und weiß auch gleich im Bücherregal, wo ich das hinstellen kann. Nehme ich zu den Büchern dann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hatte ich auch noch nicht so. Das können sie auch mal machen von Akuta oder von Throne of Glass. Das wäre mal cool. Ich meine, jeder würde sich gerne wahrscheinlich so ein Recent oder so ein Rowan oder so hier reinstellen. Ich nehme mal ganz stark an, das wird ein Fächer sein. Fragt sich nur zu welchem Fandom. Stay cool this summer with this bamboo fan. Inspired by Descendant of the Crane. Kenn ich tatsächlich gar nicht. Descendant of the Crane. Also das Fandom kenne ich nicht. Sieht aber eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Der Fächer. Oh, ein Taschenspiegel. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht der schönste. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das... Also ich habe jetzt auch gerade mal auf dem Spoiler-Kärtchen geguckt. Das ist jetzt kein spezielles Fandom, um was es geht. Da stand bloß was mit Dorian Gray. Aber tatsächlich ist das gar nicht mehr so schlecht. Denn ich habe mir schon öfter mal so einen kleinen Spiegel gewünscht. Oder ich hätte mir gewünscht, ich hätte so einen Taschenspiegel. Weil gerade wenn ich hier drehe und ich den Lippenstift drauf habe, habe ich manchmal Angst, dass ich das irgendwie am Zahn habe. Oder dass das sich schon beim Quatschen total alles abgerieben hat. Und man dann gar nichts mehr drauf hat. Und ich habe tatsächlich keinen kleinen Spiegel. Und das heißt, den werde ich mir dann auf jeden Fall hier mal irgendwo hinlegen. Im Bücherregal deponieren oder so. Dass ich dann immer mal zwischendurch gucken kann. Wie es gerade aussieht. Also der ist sehr praktisch. Wenn auch nicht wirklich schön. Dann haben wir hier wieder ein Bild. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Weil das ist so ein richtig fetter Glasbilderrahmen. Und der wird so magnetisch gehalten. Das heißt, ihr könntet hier auch den Print rausnehmen und irgendwas anderes reinmachen. Und der sieht aber ziemlich, ziemlich fancy aus. Also auch der... Jetzt muss ich das wieder richtig zusammenkriegen hier. So. Auch das Aufgedruckte hier. Also diese goldene Linien. Da musste ich jetzt gerade gucken. Weil die kenne ich tatsächlich nicht. Und die gehören wohl zu der Reihe von Red Rising. Was ganz cool ist. Weil Red Rising wollte ich ja auch unbedingt noch lesen. Und ich hoffe sehr stark, dass mir das gefällt. Und dann hätte ich halt gleich so einen mega coolen Glasbilderrahmen mit so einem Print drin. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch den monatlichen Pin. Inspired by She Who Became the Sun. Also das gehört zum monatlichen Buch. Und es ist so ein bisschen chinesisch angehaucht oder asiatisch angehaucht. Seht aus wie so ein Tempeleingang oder sowas. Und die Wolken sehen auch so ein bisschen mangamäßig aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Aber ein Item haben wir vorher noch. Und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Das Item kannte ich auch vorher schon. Die anderen jetzt tatsächlich nicht. Also von denen hatte ich noch nichts gesehen. Aber ich wusste das Item. Und ich weiß leider auch schon durch Spoiler, wie das Buch aussehen wird. Was auch sehr, sehr schön ist. Aber wir fangen natürlich mit dem Item an. Und zwar ist es wieder eine Tasse von Rosie Thorns. Rosie arbeitet ja öfter mit Illumicrate zusammen. Und sie hat schon diverse Tassen designt. Sowohl zum Reich der sieben Höfe als auch Throne of Glass. Daughter of Smoke and Bone, A Darker Shade of Magic. Also sie hat sehr, sehr viele Tassen schon designt. Und die Tassen werden leider zu horrenden Preisen auf Ebay gehandelt. Teilweise, wenn es die halt schon eine Weile nicht mehr gibt. Also jetzt derzeit sieht man auch diese Tasse zum Beispiel. Das geht preislich noch. Wobei ich auch finde, 50 Euro für eine Tasse ist schon nicht ganz günstig. Nur weil es halt von Rosie ist. Die kriegt man aber halt noch. Aber ich habe teilweise auch Tassen gesehen von Throne of Glass oder von Cruel Prince. Also Elfenkönig, die man halt so nicht mehr rankriegt. Und die teilweise für 200 Euro angeboten werden. Und das finde ich wirklich krank. Ich würde die gerne sammeln. Also ich hätte gerne auch die Tassen, die ich logischerweise alle verpasst habe. Also von Nevernight oder von Cruel Prince oder so. Aber wie gesagt, für die Preise definitiv nicht. Ja, wird dann halt irgendwann nur noch mit Glück funktionieren, falls das irgendjemand mal zufällig abgibt. Falls ihr jemand seid, der diese Tassen zu Hause hat und sich eigentlich sagt, eigentlich brauche ich die nicht. Schreibt mir gerne. Schreibt mir eine E-Mail. Schreibt mir auf Instagram. Schreibt mir einen Kommentar. Egal, ich nehme die. Auf jeden Fall. Ich habe leider noch nicht so viele davon. Also ich habe bloß die Dark Artifices Tasse. Das ist ja eine, die in dieser Clockwork-Reihe, also in dieser Clockwork-Box von Illumicrate Anfang des Jahres drin gewesen ist. Dann habe ich die From Blood and Ash Tasse. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich meine dritte Tasse, die ich von ihr habe. Und bevor ich jetzt noch lang quatsche, zeige ich sie euch mal. Und sie gehört zu Poppy War, was ja, glaube ich, auf Deutsch heißt, ein Zeichen der Mohnblume. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber definitiv noch machen, weil das auch eine Reihe ist, die total gehypt wird und die alle sehr, sehr mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr coole Reihe ist. Ja, aber jetzt zeige ich euch erstmal die Tasse, die mir natürlich dann erstmal vom Print her nicht sehr viel sagen wird, weil ich es nicht kenne. Aber das sind so diese typischen Rosie Thorns Tassen. So sieht das Buch aus. So richtig schön metallisch. Das heißt, wie gesagt, She Who Became the Sun und ist von dem Autor oder der Autorin Shelley Parker Chan. Und so sieht es von der Seite aus, so sieht es von hinten aus. Und jetzt wartet auf den Buchschnitt, der ist richtig cool. Der ist nämlich so ein Farbverlauf. Also es fängt hier gelb an, geht dann ins Orange darüber und ist unten dann komplett rot. Gut, ich nehme mal ganz stark an. Jupp, das ist hier so ein kleines signiertes Dingsbums mit dabei, also zum Reinkleben. Und jetzt bin ich mal gespannt auf das nackte Buch. Oh, es sieht auch sehr schön aus. Das nackte Buch ist auch richtig, richtig schön. Hat nämlich auch diesen goldenen Drachen drauf. Und da steht, she didn't just want greatness, she wanted the world. Und es hat auch noch wieder ein verstecktes Bild unter dem Cover. Das zeige ich euch auch gleich noch. Sekunde. Kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, oder? Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Es sieht wirklich wunderschön aus. Und werde mir da gleich auch mal diesen Aufkleber da reinkleben. Hä? Es ist ja signiert. Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht gerade. Warum ist hier so ein Aufkleber dabei, wenn hier auch eine Signatur ist? Also, die ist bestimmt dann nur reingedruckt und nicht original signiert vielleicht. Aber wozu ist dann hier nochmal, das muss ich jetzt nicht verstehen, warum da nochmal so ein Aufkleber ist? I don't know. Ja, also das ist mal eine Box, die ich seit langem mal wieder richtig, richtig, richtig cool finde. Also, ich glaube, die Box davor fand ich auch schon sehr gut. Aber die Juli-Box ist richtig, richtig, richtig gut. Da hat mir das Einzige, was mir wirklich gar nicht gefallen hat, ist dieser, oder das heißt gar nicht, aber ist dieser Fächer. Weil da kann ich das, kenne ich das Fanon nicht. Und glaube auch nicht, dass ich den unbedingt benutzen werde, so. Aber alles andere, also die kleine Sculptur finde ich mega cool, den Print finde ich mega cool, macht mir jetzt auch nochmal richtig Lust auf die Reihe. Die Tasse von Rosie Thorns finde ich auch mega gut und das Buch ist auch total schön geworden. Also, ich bin sehr zufrieden mit dieser Box, muss ich sagen. So, nun sind inzwischen auch noch zwei andere Boxen beim Angekommen, deswegen kann es jetzt weitergehen mit dem Unboxing. Als erstes habe ich hier die Chest of Fandoms Box und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch wieder ohne Buch bestellt habe, denn das ist, glaube ich, die King of Elfheims Special Box gewesen. Und da gibt es das Buch, wie der König von Elfenheim lernte Geschichten zu hassen, was ja jetzt in Deutschland neu erschienen ist, also auf Deutsch neu erschienen ist. Und davon habe ich das englische Buch bereits sogar in zweifacher Ausführung, einmal die Waterstone Special Edition, einmal die Barnes & Noble Special Edition und deswegen hatte ich mir es dann gespart, mir das Buch ein drittes Mal zu holen, vor allem, weil ich es noch nicht mal gelesen habe. Aber ich wollte gerne trotzdem die Fandomsachen haben, die in dieser Box sind oder ich wollte gerne wissen, was da noch drin ist, deswegen hatte ich sie mir trotzdem bestellt und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt erst mal mit dem Auspacken. Ja, es ist definitiv die Chess of Fandoms König von Elfenheims Special Box. Hier ist wieder das kleine Spoiler-Kärtchen, aber das werde ich jetzt erst mal noch zur Seite legen und ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was drin ist. Irgendwie, also als erstes ist hier mal eine Kerze drin, da war der Deckel schon halb ab, deswegen riecht das halbe Paket danach und sie ist mega cool, weil sie so richtig glitzert und so düster ist, so grün ist. Auch der Aufkleber gefällt mir total gut, da werde ich dann nachher auf jeden Fall den kleinen Kaden hier raufstellen. Den seht ihr gar nicht, hier ist er, mein kleiner Kaden. Aber ich kann den Geruch überhaupt nicht... Oh, Cranberry, das kann sein. Überhaupt nicht deuten, ich bin super schlecht im Geschreiben von Gerüchen, aber ich finde den richtig gut. Also der ist sehr intensiv, aber gefällt mir extrem gut. Ich finde es nur immer so schade, so eine Kerzen abzubrennen, weil die halt so schön gestaltet sind. Ja, also prinzipiell Kerzen... Prinzipiell Kerzen ist jetzt nicht unbedingt meins, das habe ich schon mehrfach erwähnt, aber in dem Fall ist es okay, weil ich das Fandom kenne und die Kerze dann auch behalten werde, weil ich die cool finde. Dann geht es weiter mit einem Pin und da ist natürlich auch Kaden zu sehen. Er sieht ja ein bisschen verschmitzt aus, ich muss mal gucken, ob ich euch das gleich noch ein bisschen genauer einblenden kann. Der ist auch ziemlich groß, würde ich sagen. Also normalerweise die Pins sind, glaube ich, nicht ganz so groß oder es kommt mir nur so groß vor. Also Pins prinzipiell sammle ich auch gerne, aber ich mache mir die eigentlich nirgends an Klamotten oder so ran. Also ich habe die eigentlich bloß hier, um dann vielleicht mal irgendwo die als Fotoaccessoire zu benutzen oder so. Aber selbst da vergesse ich es einfach meistens, dass ich sie habe. Und ja, dann ist ein Beutel drin, den habe ich tatsächlich schon im Internet gesehen, weil ich den in ein paar Storys schon gesehen habe. Die Box gibt es nämlich schon ein paar Tage und ich war relativ spät dran mit zugeschickt bekommen und habe natürlich auch dann extra fürs Video jetzt warten wollen, die zu öffnen. So sieht der Druck auf den Beutel aus, finde ich mega, mega schön. Beutel kann man sowieso nie genug haben. Also ich habe eigentlich immer einen Beutel dabei, wenn ich irgendwo hingehe, egal wohin, egal ob ich geplant habe, einkaufen zu gehen oder nicht. Einen Beutel habe ich eigentlich immer dabei, einfach weil ich halt keine Papiertüten oder so was kaufen will. Dann sind hier zwei Karten drin oder zwei kleine Prints und die finde ich mega schön gestaltet. Ich hoffe, die kann man ein bisschen erkennen. Das sind Jude und Karla natürlich und ich finde sie mega. Die sind auch so doppelseitig, also man kann von beiden Seiten das gleiche Motiv sehen. Und Jude sieht hier auch mega schön einfach nur aus wie eine Göttin, muss ich sagen. Also ich mag beide Prints total gerne. Und ja, die mag ich. Und dann ist hier auch noch so ein Print mit drin. Ich hoffe, das kann man auch so halbwegs erkennen. Da ist Karlen, der Jude etwas vorliest und ich denke mal, das ist das Buch Alles im Wunderland. Denn das ist ein Buch, was er sehr mag. Das werdet ihr wissen, wenn ihr die Reihe gelesen habt. Und falls nicht, dann tut das auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gerade zu meinem absoluten Entsetzen festgestellt, dass ich das Buch doch in der Box habe. Ich habe es mir offenbar doch mitbestellt. I don't know why, aber ich bin gerade relativ happy darüber. Ich zeige euch nämlich mal, warum. Das ist das Cover. Das ist auch das Cover von dem normalen englischen Buch. Ich habe jetzt trotzdem mal zu Vergleichszwecken meine Waterstones-Ausgabe rausgekramt. Die sieht so aus. Also da ist das Cover einfach komplett in schwarz gehalten und die Schrift ist so gold. Finde ich mega, mega schön, muss ich ehrlich sagen. Und hier ist es so, dass wir einen farbigen Buchschnitt haben und zwar einen richtig, richtig coolen. Also da hat sich Chester Phantoms auch mal wieder was richtig Schönes ausgedacht. Und auch hier kleben die Seiten nicht oder sonst irgendwas. Also ihr seht, das lässt sich ganz normal so durchblättern. Und das sieht echt cool aus. Und das ist ja auch rundherum wieder so gestaltet. Ich bin begeistert auf jeden Fall. Also bin ich gerade ein bisschen überrascht auch, dass ich das überhaupt bestellt habe. Dann ist hier wieder so eine gedruckte Signatur mit drin. Und genau, so sieht das Buch unter dem Cover aus. Und hier ist noch im Schutzumschlag es auch noch mehr. Ja, so sieht das deutsche Buch jetzt aus, beziehungsweise die Chester Phantoms Box. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das hier vielleicht auch auf dem normalen deutschen Buch drauf ist oder dieses Bild unter dem Cover. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob das beim normalen deutschen Buch auch ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh gerade, dass ich es doch mitbestellt habe. Ich habe das nämlich schon in den Storys von manch anderen gesehen und dachte mir so, Mist, warum habe ich das ohne Buch genommen? Ich war echt felsenfest davon überzeugt, dass ich das ohne Buch genommen habe, die Box. Und im Englischen sieht das Cover, also da ist nichts auf der Rückseite vom Dust Jacket und das Buch selber, das nackte Buch, sieht so aus. Aber auch nur diese Waterstones Special Ausgabe. Dann machen wir jetzt weiter mit der Illumicrate Box und das ist das erste Mal, seit ich diese Box im Abo habe, dass es wieder diesen gelben Karton gibt für die normalen monatlichen Boxen. Denn den gab es jetzt wirklich Ewigkeiten nicht, weil Illumicrate gesagt hat, es gibt ein Problem, diese Kartons ranzukriegen. Also es gibt in England eine Kartonknappheit sozusagen. Und diese gelben Kartons haben sie dann höchstens mal für Special Editions benutzt, aber nicht für die monatlichen normalen Buchboxen. Das Thema der Box ist Dark Academia. Ich bin super gespannt, was da drin ist und auf der Rückseite steht schon, was das nächste Thema wird. Und es wird natürlich To the Bitter End von September sozusagen oder für den September dann. Und ich weiß jetzt schon, welches Buch da drin ist und ich raste jetzt schon komplett aus. Ich warte jetzt eigentlich schon darauf, dass die Box verschickt wird, aber das dauert leider noch. So, als erstes haben wir hier solche kleinen Klebezettelchen. Ich mache mal die Folie ab, dass ihr die auch ein bisschen besser sehen könnt. Und das sind solche kleinen Klebezettelchen, die man sich halt in die Bücher reinmachen kann. Oder generell könnt ihr auch im Büro benutzen oder wenn ihr studiert, irgendwie, um euch was zu markieren in den Büchern oder sowas. Also in den Lernbüchern richtig. Solche Zettelchen benutze ich eigentlich immer. Insofern ist das jetzt nicht verkehrt, dass ich das habe. Ich benutze nur meistens Durchsichtige, weil wenn man das jetzt so halb in die Seite reinklebt, dann sieht man ja nicht mehr, was da steht. Und das nervt mich meistens. Aber ich habe definitiv trotzdem Verwendung dafür. Und das sind jetzt hier halt solche Motive auch drauf, die so ein bisschen zum Thema passen. Also ein Schwert ist drauf, eine Feder, eine Rose, eine Uhr, ein Festchen mit einer Feder drin. Also so zum Schreiben sozusagen. Und eine Kerze. Also das passt auf jeden Fall zu diesen Dark Academia Vibes. Athena, Goddess of Wisdom, Collectible Souser. Ich bin gespannt, was das ist. Aha, okay. Das ist ein kleines Tellerchen. Und das ist so ein bisschen griechisch angehaucht. Griechisch. Griechisch angehaucht. Also hier der Rand auf jeden Fall so ein bisschen. Und ja, ich habe hier glaube ich auch noch ein anderes Item, was dazu passt. Hier ist nämlich noch, passend dazu auch, Goddess of Wisdom Collectible Tea Cup. Also das passt bestimmt dann dazu. Ist dann wahrscheinlich so ein Tässchen. Ja. Tada. Dann haben wir hier das kleine Tässchen dazu. Ich weiß zwar nicht so wirklich, wohin damit, weil ich kann mir nicht vorstellen, das mir in den Schrank zu stellen. Aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, mir das ins Bücherregal zu stellen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch nicht wegschmeißen. Irgendwie finde ich das cool. Und wenn es nur ist, um das irgendwie für Fotozwecke zu benutzen, weil das ist echt hübsch gestaltet. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann haben wir noch drei Washi-Tapes hier drin mit jeweils unterschiedlichen Motiven. Auf dem einen Motiv, oder das eine ist so hellgrün gestaltet. Und da sind so griechische Skulpturen, würde ich einfach sagen, drauf und so ein bisschen Blumenranken. Dann haben wir eins, da sind so, ähm, ja was soll das eigentlich sein? Dann sind so irgendwelche Briefe drauf, also auch so ein bisschen altertümlich gemacht. Und hier sind so auch Bücher und eine T-Taste ist ja auch drauf, Schachfiguren. Also das ist alles so ein bisschen auch altertümlich auch gemacht. Finde ich auf jeden Fall ganz praktisch, weil Washi-Tapes benutze ich tatsächlich auch. Ich habe ja ein Bullet Journal, beziehungsweise ein Reading Journal. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, weil ich meines jetzt irgendwie in 2021 gar nicht so regelmäßig mehr geführt habe, dass ich das in 2022 wieder komplett neu angehe und auch wirklich durchziehe. Also hoffentlich jedenfalls. Und da kommen Washi-Tapes eigentlich immer ganz gut. Ich benutze die halt sehr, sehr gerne, um Seiten zu dekorieren oder um irgendwas abzukleben. Oder, ja, also eigentlich habe ich dafür auf jeden Fall Verwendung. Dann haben wir wieder ein Book Pot drin. Die hat die LumiGrad jetzt auch schon öfter in ihren Boxen gehabt. Zum Beispiel in der Special Box zu Clockwork Angel und so weiter. Da war auch so ein Ding drin. Und die könnt ihr euch quasi ins Regal stellen. Und oben könnt ihr dann irgendwas reinstecken. Also, weiß ich nicht, Lesezeichen oder Stifte oder irgendwas. Also man könnte die auch fürs Büro benutzen prinzipiell. Oder halt einfach ins Regal stellen. Ich setze mal hier hin. Und halt mit irgendwas befüllen. Dann ist hier noch ein Büchlein drin. What is it? What is it? This book belongs to... Oh, wie cool. Das ist so ein Reading Journal. Oha! Das ist nicht schlecht, weil das könnte ich mir jetzt vielleicht noch für den Rest des Jahres vornehmen. Denn ich bin ja meistens jetzt noch ein bisschen zu faul, um das weiterzuführen. Oder ich hebe mir das fürs nächste Jahr auf. Aber eigentlich wollte ich das selber gestalten. Schwierig, schwierig. Aber auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also hier sind halt schon so vorgedruckte Sachen, wo man dann was einfüllen kann. Man halt schreiben kann, was so die eigenen Pläne sind. Die Wochenpläne, was man gelesen hat, wie man es bewertet hat. Zwischendurch sind dann mal so gestaltete Seiten. Quotes to remember. Das ist auch schön, dass man sich an irgendwelche Zitate erinnert. Sehr, 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 sehr schön. Also darüber freue ich mich auch sehr, auch wenn ich mich noch entscheiden muss, ob ich das dann machen will oder ob ich vielleicht selber eins führe. Oder vielleicht mache ich das auch parallel nächstes Jahr. Dann haben wir natürlich wieder den monatlichen Pin. Der ist hier eingepackt. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Da ist so ein Buch. Und dann kommen so, ich weiß nicht, ob das schwarze Rauchwolken sein sollen oder ob das so Tentakel sein sollen. Das ist irgendwo schwierig zu erkennen. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Ich versuche euch das auch mal näher einzublenden. Und als letztes haben wir dann bloß noch das monatliche Buch, das wie immer in diesem Säckchen drin ist. Ich habe so viele Säckchen davon schon. Ich kann mich da echt mit totschmeißen, aber ich mag die auch total gerne. Oh, und es hat einen krass blauen Buchschnitt. Das sehe ich schon mal. Oha! Sieht voll schön aus, das Cover. Das Buch heißt The Devil Makes Three. Und es sieht echt sehr schön gestaltet aus. Es hat so kleine Goldsprengler hier auch mit drauf. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Wahrscheinlich eher nicht so. Aber es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Es ist halt sehr, sehr dunkelblau gehalten. Dann haben wir halt diesen blauen Buchschnitt. Das sind die Endpaper, wenn man das halt aufklappt. Es ist dann auch wieder signiert. Und das nackte Buch selbst ist auch noch mal ein bisschen gestaltet. Das hat so Goldfolierung. Das finde ich auch immer echt schön, wenn das so was drauf hat. Dafür gibt es diesmal kein Bild, was unter dem Cover drauf ist. Also ja, aber trotzdem mega, 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 mega. Okay, ich habe mal kurz den Klappentext gelesen. Hier geht es offenbar um zwei Schüler oder Studenten, die aus Versehen an einem Buch, was versteckt in einem Tunnel unter der Schulbibliothek ist, einen Teufel aus einem Buch befreien, der eigentlich sozusagen mit einem Spruch oder Zauberspruch festgebunden wurde oder gebunden wurde. Und ja, aus Versehen lassen sie ihn dann frei. Und der Devil, der Devil, der Teufel ist halt natürlich kein Guter, sondern versucht dann allen möglichen Kram zu machen und wie es hier auch steht, irgendwelche Leute zu ermorden. Und die beiden müssen dann einen Weg finden, wie sie diesen Teufel wieder in dieses Buch zurückkriegen und da wirklich auch wieder binden können. Also das klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und wie gesagt, das Cover gefällt mir auch extrem gut. Es sieht richtig, richtig schön aus. Es ist auch gar kein dickes Buch. Also das ist auch ein Buch, was man vielleicht so mal zwischendurch irgendwie lesen könnte. Es hat bestimmt nicht mehr als 400 Seiten, bin ich der Meinung. Ich kann ja mal schnell gucken. Ja, 380er hat es so in etwa. Also das muss ich mal schauen. Das klingt auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Vielleicht werde ich mir das mal... Oh, jetzt habe ich mir hier selber gekratzt mit dem Buch. Vielleicht werde ich mir das einfach mal auf die Oktoberbuchliste machen, weil im Oktober habe ich irgendwie schon mir vorgenommen, so ein bisschen düsterere Bücher zu lesen, weil es halt einfach Oktober ist, einfach Halloween-Monat. Da muss ich auch mal ein bisschen gruseligere Sachen lesen. Ja, ihr Lieben, dann war es das jetzt wieder mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, dass ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wu Tschüss! Tschüss! Tschüss!